Die Strecke ist doch geil. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Man muss sich wohlfühlen. Es geht bei diesem Event darum einen langen Plan zu sparen. Es ist schwierig genug, sich bei einem normalen Rennen kontinuierlich zu konzentrieren. Aber ein Lammsteck und... Großvater, Großvater. Warum heißt der Ziegenpeter eigentlich Ziegenpeter? Ich meine immer mal die Graspeter. Kommt aus dem Stall mit Hosen offen, ne? Wenn Samstag nachts war das mal. Gute Luck! Was ist das denn? Was ist das denn? Oh shit Fuck Das ist ein Arsch Scheiße mein kurzes Getriebe kommt Kacke du Ich fuhrt voll heftig Mann doch Das kann man nicht drauf gehen Das kann man nicht drauf gehen Das ist klar was gezogen Wer will Das ist eine einzige Bananenleber Das weiß ich nicht Man hat nichts gedacht Wenn er heute irgendwie was hat Die Daten Das ist ein bisschen weicher Das ist ein bisschen weicher Das ist ein bisschen weicher Was ist das ein bisschen weicher Das sind die inland Dann sind wir Das muss ich nicht verletzить. Dann bin ich ja nicht verletzend. Ich hab mich nicht verletzend. Jetzt ist das so ein bisschen. Ich hab mich nicht verletzend. Ich hab mich nicht verletzend. Ich hab es nicht verletzend. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018